Lange, glänzende Haare, volles, kräftiges Haar, topmodische Stylings und Effekte. Alles ist machbar mit Haarverlängerungen und Verdichtungen aus handverlesenem Echthaar von Hairdreams. The Art of Hair Extension. Hairdreams gibt es bei vielen guten Friseuren auch in ihrer Nähe. Infos und Partnerverzeichnis plus 50 Euro Gutschein jetzt kostenlos anfordern unter 0800 0080 500 oder www.hairdreams.de. Ihr Hairdreams-Partner in Stuttgart? Rode Koffer Olivera in der Augsburger Straße 646. Wir freuen uns auf Sie. Alle Gäste in meiner Style Lounge, auch Sabines Töchter Nina und Saskia, erwarten gespannt den großen Auftritt. Dankeschön. Herzlich Willkommen in der Style Lounge hier in Winterbach, liebe Zuschauer, liebe Gäste. Schön, dass Sie alle da sind. Sabine hat ganz viel schon durchlebt und braucht jetzt Ihre Unterstützung. Also wenn sie gleich rauskommt, dann bitte diesen Applaus. Finde ich ganz super. Unser Experten-Team hat wieder gute Arbeit geleistet. Das ist die Ulla, unsere Expertin in Sachen Mode. Das ist die Kathi, unsere Expertin in Sachen Haare. Und die Miriam hat das tolle Make-up gemacht. Und die zwei da drüben, das sind die Töchter von der Sabine. Das ist die Saskia und das ist die Nina. Jetzt kommt der große Moment. Das war Sabine vorher. Und hier kommt Sabine nachher. Sie sieht sehr schön aus. Geil. Ganz meiner Meinung. Sabine strahlt ganz anders als vorher, obwohl sie sich selbst noch nicht gesehen hat. Es war schon sehr extrem, muss ich sagen. Und vor allem, weil man ja nicht weiß, wie man dann im Spiegel nachher aussieht. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt schon weiß, wie ich aussehe und ich zeige es einfach vor Leuten. Und jetzt, liebe Kinder, liebes Publikum, kommt der große Moment für diese schöne Frau hier auf der Bühne, die so mutig ist und sich ja auch präsentiert hat. Wie du vorher ausgesehen hast, das weißt du. Und hier, meine liebe Sabine, kommst du nachher. Wow. Wow. Ja, ich fand sie schon toll. Ich habe sie noch nie so extrem gut gerichtet gesehen und so. Aber man hat trotzdem noch sie gesehen. Es ist ja auch schön, wenn die Kinder auf einen Stolz sein können. Können sie vielleicht auch so, aber so vielleicht ein Stück noch mehr. Also es hat mich sehr gefreut. Das Ergebnis. Vorher Sabine viel zu stark geschminkt und orientierungslos. Nachher eine Lady in Black, die sich endlich selbst liebt. Wirklich alles gut abgestimmt. Haare, Make-up, Klamotte. Echt geil. Es hat da einfach einen schönen Teint und es passte einfach alles super gut zusammen. Ich wünsche dir einfach, dass du dir einfach ein bisschen mehr Zeit für dich nimmst, ein bisschen mehr herumprobierst, dich anschaust und spürst, wie schön du bist. Alles Gute für die Zukunft, meine Liebe. Schön, dass du dabei warst, Sabine. Hat Spaß gemacht. Prima. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Style Lounge. Seien Sie dabei. Tschüss. Geschafft. Sabine hat die Liebe zu sich selbst wieder gefunden. Für sie war das ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber eigentlich braucht es gar nicht viel, sie in die richtige Richtung zu lenken. Wichtig war, ihr zu zeigen, dass sie eine gepflegte, seriöse, feminine, sexy Frau sein kann. Und das auch letztendlich ist. Entscheinen hat jeder Mensch irgendwie seine schönen Seiten. Aber ich habe sie halt bei mir irgendwie nicht gefunden oder vertuscht oder wie auch immer. Aber jetzt wurde ich jetzt wieder eines anderen belehrt. Und ich hoffe, dass sie das so beibehalten können. Und ich hoffe, dass sie das so beibehalten können.